Oh, yeah! Come on, come on, come on! Fatah, Fatah ... 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 Und da ist mir wieder einfach klar geworden, und als ich das dem Bruder gesagt habe, subhanallah, das war dieser Turning Point für ihn. Und er hat nichts mit der Religion zu tun. Und ich habe ihm dieses Beispiel erklärt, er hat sofort verstanden, warum die Muslime, also die Muslime, warum das Gebet so eine gewaltige Macht hat und so eine gewaltige Tat hat. Und dass das die erste Ibadah und die erste Tat ist, wonach wir gefragt werden, Yom Kiyama, beziehungsweise unserem Tod. Und ich habe mich halt dabei erwischt, wie wir selber als Muslime, als praktizierende Muslime das manchmal vergessen, subhanallah, wie gewaltig diese Pflicht ist. Also die Botschaft ist, beten, wenn ihr Muslime sein wollt und euch Muslime nennt, betet. Das ist nur eine, man muss erstmal anfangen, alles ist schwer, subhanallah, aber wenn man erstmal anfängt, dann packt man das. Hane, bist du extra krank geworden, damit du nicht fassen musst? Allah, ich bete immer, dass ich nicht die Gäste angekrankt werde, weil ich es liebe, zu fassen. Also, wenn du es verschläfst, wenn du es verschläfst, weil du Wecker gestellt hast und und und, dann kannst du es nachholen. Aber wenn du es nicht bewusst nicht betest und ausschlafen willst und dann um 10 Uhr oder so betest oder um 9 Uhr oder um 8 Uhr, dann ist das Gebet, dann ist es weg. Man muss das Gebet in der Salatah kannet an den Mu'minien, der Kitabe, der Mauta, der Allah, der Al-Quran, weil ich das Gebet ist für die Gläubigen zu festgesetzten Zeiten und nicht wann du willst. Ja, alle Grüße zu haben. Ist das eine zweite Frage oder? Tell, Bruder. Ja, stimmt. Es macht aber gar keinen Sinn, die Frage, weil du darfst ja immer mal dann auch nicht küssen oder so. Was ich Lust drauf habe beim Küssen der Ehefrau, das Fasten? Nein. Aber darf man ihn küssen oder? Seine eigene Ehefrau, ja, aber nicht mit, also, was heißt, man darf, guck mal, man darf, guck mal, theoretisch gesehen, bricht das das Fasten nicht. Also, wenn man auch, alles außer Geschlechtsverkehr bricht das Fasten nicht, okay? Aber man soll gar nicht erst dazu kommen, weil, wenn man anfängt, kann es dazu führen, dass man dann den Akt vollziehen möchte und das ist dann sehr, sehr schlimm im Ramadan. Es bricht das Fasten, auf jeden Fall. Und außerdem, wenn beim Fasten jemanden küssen hat, das ist schon trockenen Mund und so. Fragt mal bitte, ob, boah, ich will jetzt nicht falsch aussprechen, Tarawih-Gebete viel machen, ist das gut? Tarawih ist gut, natürlich. Eine sehr schöne Sache. Hab ich, Mr. Lobby. Monib Abounouh gefragt, Yusuf fragt, ist es denn kein Speichelaustausch? Ist überhaupt kein Problem. Neut, euer Ernst? Im Ramadan, Knutschen? Küssen ist nicht Knutschen, Nadine. Aber vom Küssen kriegst du ja keine Lust drauf, oder? Doch. Kann man nicht. Manche kriegen Lust drauf, nur wenn sie jemanden angucken, oder? Und Speichelaustausch auch beim Küssen? Was nochmal? Hab ne Frage, hau raus. Fragen gerne dem Bruder. Der tut uns auch immer Fragen. Ja, ja, klar. Achso. Achso, ich verkeh. Ne, Werner hat immer noch nicht gegessen. Dann darf man Zähne putzen mit Zahnpasta. Ja. Aber nicht runter schlucken. Wir haben eine Frage an euch, drei. Nehmt ihr generell an Ramadan zu, oder nehmt ihr ab? Nehmt ihr ab? Ab, glaub ich. Ja, ich nehm ab. Wie geht's? Ich nehm ab. Oder, sag mir, ich brauch hier nicht groß zu reden. Ich hab mal gefastet, dann hab ich's halb durchgezogen. Ich hab gesagt, Inchalte, diese Sati ist richtig durch, weißt du, aber... Schau mal so. Deswegen kann ich jetzt nicht viel mitreden. Komm, geh. Einen Monat, Leute, jetzt kriegen wir hin. Einen Monat. Richtig schön durchpowern. Richtig schön für Allah. Ibadet ist das. Wird schön, Inchallah. Kriegst du Hamra Ali? In Ramadan? Wallah, wenn ich's hinkrieg, Inchallah. Aber so wie's aussieht, bis jetzt noch nichts Festes. Inchallah. Du? Inchallah. Ganze oder zehn Tage? Nur die... Ich war jetzt vor zwei Wochen erst. Aber ich werd wahrscheinlich jetzt nächste Woche für ein paar Tage nur. Stark. Wenn das klappt. Richtig stark. Aber du hast es ja kürzer als wir, ne? Du bist ja um die Ecke. Ja. Schade, ne? Wenn alles klappt. Why not? Ich will aber liebsten den ganzen Monat dort, wenn ich's will. Ja, glaub ich. Glaub ich dir. Wann warst du das letzte Mal da? Sechs Jahre. Krass. Das ist wirklich krass. Was ist krass? Subhanallah. Ein Bruder hat eine Frage gehabt wegen Venom. Venom ist meine Cobra. Ob sie schon gegessen hat. Sie hat aber noch nicht gegessen. Und dann schreibt er grad, ich hab grad gegoogelt. Die können bis zu zwei Jahre ohne Essen auskommen. Parma. Zwei Jahre durchfassen. Ich hab ihn gestern schon gefragt. Ende des Jahres, das weiß er noch nicht. Meine Ende des Jahres am Reis oder vorgestern. Aber noch, die streiten sich hier grade bei mir. Bitte. Warte, ich muss kurz hoch. So. Es hat angefangen mit... Äh... Klar ist, dass Sufis nicht auf Akhida sind. Dann hat der andere geschrieben. Das ist deine Meinung, oder? Das ist meine von der Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jamah. Wird das ausgesprochen? Ah ja, Sunnah wal Jamah. Die heißen nicht umsonst Sufis. Aha, okay. Alle... Äh... Ich will einfach... Ich wünsche mir für jeden von diesen Geschwistern, dass sie an sich arbeiten, Ramadan besser werden, anfangen zu beten. Und das ist erstmal das, was wichtig ist. Sie sollen eine Reue zu Allah machen und anfangen zu beten, besser, eine Beziehung, eine bessere Beziehung zu ihren Schöpfer aufbauen. Und dann kann die...